KOMM SCHNELL Komm schnell! Mein Spiel rastet aus! Es hat nen elektrischen Anfall! Was? Mein Spiel hat auch... Oh Gott! Hören wir mal, wie das klingt! Heftig! Heftig! Oh Blizzard World! Ich hab ewig die Map nicht mehr gesehen! Oh Gott! Dem Tumult entrennt man nicht! Gott, mein Reaper hat geflucht! Ich hab diesen ultra auffälliges Skin, ne? Nooo! Ich wollt grad nen Kill machen! So, Grand Central! Mitung! Äh... Okay, freie Wahl ist... Spielisch... Ja komm... Ich hab Bock auf Junk Pit! Ich will Junk Pit! Ich find's schade, dass die Symmetra gesehen ja oft haben und total verändert haben... Klar, sie hat diesen... Das war das Wort! Sie hatte zwar klar diesen... Äh... Wie heißt's jetzt? Äh... Gewissen... Auto-Aim? Aber der war ja nur im gewissen Bereich und das war ja ganz cool. So wie die jetzt ist, das ist ja einfach nur nervig. Jetzt machen wir die Mafia an die Seite. Cool. Ein riesiges Feuerwehrauto. Oh... Oh Scheiße! Das WLAN hier drin ist voll scheiße. An deiner Seite! GG! Ja, es liegt halt wegen dem ganzen Schrank und so. Äh... Wo kommen die denn raus? Hier kommen sie raus. Miss Jülchen, was? Ja, vom Ehren rein. Was soll denn? Aha, jetzt war denn meine Falle gelaufen und sterbe. Ich schade gerade dem Gegner... ...mit und zwar... ...und zwar nicht zu. Aber... Aha, nein! Wie viel, du hattest mich gekriegt? Aus dem Weg! Aus dem Weg! Es wird jetzt einer auf den Punkt drauf! Killt sie! Schnell, die nehmen ein! So, was ist mir leid? War auch wieder mega cool. Das war mein Junkred-Move. Boah, recht so schlecht. Schamber ja auch. Okay, ich wechsle euch auf den Soldier. Hat jemand... Oh, ich dachte schon. Ich nur du! Nicht nur du! Ich laufe die ganze Zeit mit 8 Vp hier rum! Oh, dann bin ich dort. Okay, ich warte um meinen Ulti ab. Oh, dieser Kack-Vido-Maker. Schade. Äh, irgendwie... Ich frag mich, ob ich heute überhaupt schon ein Deal von unserer Mercy bekommen habe. Ob ich schon ein Deal von unserer Mercy bekommen habe. Wo sind die denn alle? Oh, wie komisch gerade alles. Ich bin dann mit dem Ziel von der Pharah. Ich hätte aber gerne mal einen Heal oder so, aber... Da muss man zurückkommen. Was ist die denn? Ein Soldier! Hi! Nett, dich kennenzulernen. Ah, die Vido ist ja ganz weit hinten, nein. Sie ist am Snipern. Äh, kommt ihr klar, oder? Ja, ja. Dann fang ich mich ein Soldier und so ab. Oh, die Vido hat sich bewegt. Das ist jetzt irgendwo eine Mercy. Komm. Oh, wie ist das hier? Schau. Oh, fein. Wie krieg ich dafür Schaden? Achso, die Fäuer war hinter mir her. Ops. Ich hab grad echt für einen Moment gedacht, ich mach mir grad selber Schaden. Nein, nein. Nein, nein. Nein, soldier, du kriegst mich nicht raus. Nein, soldier, du kriegst mich nicht raus. Ach, soldier. Probierst du's auch immer wieder, ne? Ah. Oh, die Gönnung. Oh, Gott. Ein Kopf, zwei Arme, ein Reisen. Alle! Wir können nicht vom Bieten verweisen. Ich regionalisiere Projektive. Der Soldier will mich unbedingt, ey. Wie ist er, der Soldier? Ja, ja, der wollte mich jetzt ausplayen. Was, werden wir checken? Okay, irgendwie... Äh, ich check's nicht. Soldier ist irgendwie weg. Aua. Aua. Mando. Okay. Läuft nicht ganz so, aber... Ich hab meinen Spaß immer noch. Aber meine Mö... Und unsere Mercy hat mich noch nicht mehr einmal gehalten, glaub ich. Ja, jetzt brauchst du mich nicht heilen. Oh, als hätte sie es so mitbekommen. Oh, der beschwert sich. Was? Was ist das denn für ein Verarsche? Weißt du, was die Diva gemacht hat? Die ist einfach mit ihrem Ding gegen meine Reifen geflogen, dadurch ist er kaputt gewesen. Was? Bin ich immer voll assi. Oh, hi. Der fair war Renu. Oh, okay. Soviel dazu. Ich wollte gerade sagen, wenn du den Kampf eingehen willst, dann verlierst du, aber... Ich hab verloren. Ich hab verloren. Oh, das war zu viel groß. Jetzt kann ich auch Raketen nehmen. Okay. Warum? Ich schenke es einfach nicht. Ja, ich hab jetzt bis jetzt gerade noch nicht so wie die Lenssatz schon quit. Muss ich sagen. Meine Fresse, Alter. Fliegendes Tier als Jumper treffen ist echt nicht schwer. Äh, ist echt nicht schwer. Echt nicht schwer. Echt nicht schwer, ne? Aber komisch, dass ich immer mit meiner Mercy hier reinlaufe. Ah, das sind zu drüben. Der war damit so. Mach ich einfach weg. Vorsicht, Mercy. Echt, genau. Was ist einesee? Okay, wir müssen den Punkt zwei Minuten noch halten. Ei, ei, ei. Turbelfeuer. Nassau, du hast mich vermisst. 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 Nassau, du bist noch ein Sack schäme. Oh, jetzt haben sie zwei Sniper. Ach, ich hab nicht das Wartgen geworfen, verdammt. Oh, unser Messie, halt mich! Geil! Was für ein Spruch! Was dann? Geil, mein persönlicher Heiler. Wir haben es echt gut noch gehalten. Was? Geil, die erste Runde, die mal Spaß gemacht hat. Wollen wir ein bisschen gewonnen haben! Ja! Nice! Wo muss das gehen? Ne, sie muss das gehen. Ich hab noch Halloween-Dinge. Oh, Freunde können nicht anerkannt werden. Ja. Ne, Messie hat mich noch einmal gefickert. Deswegen ehre ich die anderen. Deine Pflicht ist nicht getan! Viel erwartet und dann schießt! Oh, Mann! Hätte eigentlich schießen können schon. Ah, nochmal, hast es geschafft. Ja. Ähm. Ähm. Ähm, ähm. Komm hier. Ich spiele Reinhardt. Was bist du? Du spielst Junkquid? Ja. Na ernsthaft? Ich kann ja nicht nur Diva spielen. Mensch. Geh auf Sojo oder so. Naja, den kann ich nicht. Aber Junkquid war echt kacke, wie gegen den Flugtypen. Muss ich sagen. Aha! Ich bin weg! Ich denke an das, was ich verloren habe. Ich hab das Büchchen. Mit wem redet Junkquid? Er hat Snacks. Ja, aber mit wem hat er geredet? Keiner. Er hatte Snacks. Wenn wir das richtig angehen, sehen sie uns nicht mal kommen. Was war der Hammer? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Aber meine Augen zu. Was ist das? Geh ich vielleicht mal ein Bier oder so? Na ja auch nix, cool Haben wir überhaupt nicht jeder? Ja, haben wir, aber Oh ja, danke, hi Ja, endlich mal Da ist einer auf unseren Punkten, ne? Was, die hat mich Die hat meinen Charge mit ihrem Speer geblockt Dann hast du das in den World-Top-Killen Oh, ich hab's nicht mehr Guttenstolz Ach, der lebt noch Ja, hier, hallo Ja, ne Hallo Heilung Ja, danke Er hat meine Ulti geblockt Er hat allen Ernstes meine Ulti geblockt Er hat meinen Ulti geblockt Das hab ich schon beim ersten Mal verstanden Er hat meinen Ulti geblockt Wie? Da kommt er mal zu verloren Bin ich da Geht doch weg Ich wollte die doch hier ein Alter, die kann alles von mir blocken Orisa ist einfach der Ober-Attack Alter Was ist mit dieser Orisa passiert Die war früher so scheiße Und jetzt ist einfach Der Damage-Tank Heal-Champ Oder was Die kann einfach alles Ich weiß nicht, ob sie healing kann Aber sie kann Bestimmt Ja, ich glaub nicht als Tank Alter, die kann alles Alles Ich bin alleine vorne, ne Ja, eigentlich war da noch jemand Aber gut, der ist gerade gestorben Geht, schau dir noch mal Ja, was Du stirbst nicht Ach, da ist mein Ulti Ich muss mein Fadenkreuz ändern Was, du schießt, Blondine Ich hab's gar nicht Warte, wie kann ich mich nochmal hochziehen, so Okay, danke Warum könnt ihr alle so krass hoch springen? Ich kam gerade überhaupt nicht auf das Spiel klar Die neuen Champs haben so viel mehr Mobilität plötzlich Das ist krass Die Nerven sind zum Zerreißen gespannt Die war ist am Start Wie geht's, wie steht's? Du hast mein Petit Cadeau gefunden Cool Ja, jetzt wieder krieg ich glaube ich Oh, erstmal nix hin Ich muss jeden Char einfach nochmal lernen Wie fühlt's? Wie fühlt's? Ich warte schon lange auf eine echte Errüstung Wie sie bald zu jung Du hast die Wattstärze Ich bin hier Ja, das war's Ja, und schön, wenn's einfach eine neue Map da geben würde Ich ehre keinen Weil alle kacken so ein Team Die hat wieder Highlights? Wie? Was macht die so für Schaden? Die sind aufgeladen, das glaub ich Ja, klar ist aufgeladen Far away another day Simple things will come my way It'd be worth it, stay for me They will drag us in the dirt Say the things that make us hurt But I'll never give you up Spend with love that will never go away I will protect you always Spend with love that will never go away I will protect you Like a lost soul we remain Like a legend of today Like a bond that never breaks We are unbreakable Like a lost soul we remain Like a legend of today Like a picture in a frame We are unbreakable We are unbreakable Many nights that we will meet No one knew our secret street Countless times you came home Oh, the circumstances are So intense and so bizarre But the truth is But the truth that lies to thee Burn with love that will never go away I will protect you always Burn with love that will never go away I will protect you Like a lost soul we remain Like a legend of today Like a bond that never breaks We are unbreakable Like a lost soul we remain Like a legend of today Like a picture in a frame We are unbreakable We are unbreakable We are unbreakable Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020